Hallo und herzlich willkommen liebe Abonnenten und alle die es noch werden wollen zu diesem kleinen Infovideo oder Vorstellungsvideo von meinem Zweitkanal oder besser gesagt Sechskanal wie man es hier auch schon lesen kann und zwar ist dieser Name KivestesTV mit Z und nicht mit C. Mein DJ Kanal heißt ja Kivestes mit C und dieser Kanal heißt jetzt Kivestes mit Z mit TV. Ja, auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall Real Life Videos geben, aber ohne Facecam, wie ihr auch schon in der Beschreibung lesen könnt, ich kann es euch ja mal vorlesen. Hallo Fremder, willkommen auf dem Zweitsechskanal von TheFreedomFreak, hier wird es sinnlose und beschissene Real Life Videos ohne Facecam geben. Die Videos werden mit einer Vorankündigung auf Facebook in unregelmäßigen Abständen und Längen erscheinen. Erwartet einfach nichts, dann werden euch die Videos gefallen. Meine Facebookseite für KivestesTV ist auch schon verlinkt in der Beschreibung hier und mein Hauptkanal natürlich auch, muss immer verlinkt sein, das ist ja auch klar, ne? Also, wie gesagt, hier wird es auf jeden Fall Real Life Videos geben ohne Facecam, das ist so ähnlich wie Ungefilmt oder Weixer, also einfach nur beschissene, gammelige, langweilige, vielleicht für euch auch, kurze Videos, die einfach total spontan entstanden sind. Und ja, gut, wenn man bei einer Spiegelreflexkamera von spontan entstanden reden kann, dann weiß ich auch nicht, dann ist Obama Osama bin Laden. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, der Kanal, der hat mir schon länger auf den Zehennägeln gebrannt, den wollte ich schon länger machen, den Kanal, auf jeden Fall. Und dieser Kanal ist sozusagen einfach ein Trash-Kanal, wo nur Scheiße kommt. Ihr wollt wirklich hier, ihr solltet nichts erwarten, wenn ihr diesen Kanal anklickt, überhaupt gar nichts. Erwartet einfach nur, dass irgendein Video kommt irgendwann mal. Ich weiß auch nicht selbst, wann das nächste Video kommen wird, wann das erste Video kommen wird, weiß ich aber schon genau. Und zwar, heute kommt das erste Video online, das ist einfach ein Vorstellungsvideo nochmal, wo ihr mich auch, äh nein, wo ihr meinen Garten nicht mich in Real Life bewundern könnt. Und bei Nacht natürlich, weil wir jetzt auch schon Abend haben hier. Sehr logisch, bei Nacht, weil wir jetzt schon Abend haben, wobei ich das Video vorher aufgenommen habe und jetzt noch später dieses Video hier noch aufnehme. Hä, Genius, ich bin ein Idiot. Auf jeden Fall ist das mein Real Life Kanal. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann guckt auf diesem Kanal vorbei. Wenn ihr also solche trashigen, gammeligen Videos sehen wollt, wie von Ungefilmt oder halt von Waxer, dann könnt ihr da gerne mal raufklicken. Und irgendwie, ja, es ist halt scheiße. Es ist halt einfach so, das ADHS-Tool. Mein ADHS-Kanal, das Pendant zu meinem Let's Play-Kanal auf jeden Fall. Und ich laber schon wieder viel zu lange. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Wir sehen uns auf dem zweiten Kanal oder sechs Kanal. Bis dann, haut da rein und klickt doch ruhig den Kanal an, wenn ihr Bock habt. Ciao.